herzlich willkommen zu einer neuen folge chaos in deponia wir müssen immer noch davon überzeugen mitzukommen damit wir sie operieren können und das gestaltet sich gar nicht so leicht wie wir erhofft haben so wie wir erfahren haben möchte sie in ein restaurant mit uns kommen dafür müssen wir zuerst erst mal eins finden ja ein neuer kunde herzlich willkommen in gulliver's gulli ich bin gulliver wenn du die toiletten benutzen willst sag bitte vorher bei mir bescheid dann bekommst du von mir den schlüssel die taschenlampe und das anti wolf spray wir übernehmen keine haftung für schäden die durch erdnüsse von der theke entstanden sind so was kann ich für dich tun gut was gulli klingt aber nicht besonders einladen ganz schön schummreck hier ein drink bitte was gibt es auf dem schwimmenden schwarzmarkt noch alles zu sehen kann die du nicht mal was an anderen song spielen müsste man die toilette benutzen gulliver's gulli klingt aber nicht besonders einladend meine kundschaft ist es nicht gewohnt irgendwohin eingeladen zu werden wer würde auch diebe und schmuggler zu sich einladen wollen oder leute mit ansteckenden mundschleimhautentzündungen wenn du ein einladendes ambiente suchst dann gehst du besser in die oberstadt bursche in der oberstadt gibt es scheinbar einen besseren schuppen gut ich hätte die ein oder andere frage zu deiner stammkundschaft schieß los was sind denn das für leute die sich hier so rumtreiben naja gesocks und gesendel halt diebe hals abschneider aber die gute sorte im moment ist es ja recht leer um diese uhrzeit immer außer deinen leuten ist nur noch not da er gehört zum unorganisierten verbrechen ich glaube er ist hier weil sein bruder wink heute das erste drittel der vorverlegten fünf uhr schicht übernommen hat aber wie du dir vorstellen kannst sind die dienstpläne des unorganisierten verbrechens etwas undurchsichtig dann ist da noch garle er kommt zum spielen her was spielt er denn schnick schnack schnuck im ernst dein gefährliches gesindel spielt schnick schnack schnuck das klingt vielleicht nicht nach einem spiel für harte kerle aber die einsätze sind hoch und sie spielen mit gezinkten fingern mit was wie habt ihr gar keine probleme mit dem organon es kommt mir so vor als würde jeder machen was er will und so ist es auch die beamten lassen uns hier in ruhe horta fisko ist weit weg und die magnetbahnroute läuft an der küste entlang so ist der schwimmende schwarzmarkt überhaupt erst entstanden wir sind immer da wo der organon nicht hinguckt und wenn ich dir jetzt sagen würde dass es nicht mehr lange so bleiben wird dann würde ich sagen geh zu janos und seinen widerstandsschwätzern nur idioten glauben an diesen verschwörungsquatsch das war's fürs erste war ja auch genug bis später komm wieder wenn du einen drink kaufen möchtest gut dann würde ich sagen besuchen wir mal das gute restaurant achso ähm ja zum hafen ich war grad leicht irritiert so 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 Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Weil das jetzt unsere Antenne ist und da war eigentlich gar keine Antenne. Also, ich habe da keine gesehen. Eine Turnierhand, okay, da kommen wir aber, glaube ich, erst mal nicht mal hin. Außer darüber, ich weiß es nicht. Oh, okay. Hey, du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha! Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Ja! Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wirst. Ha! Was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Äh, okay. Alles klar. Ab in den Waffenladen und schauen uns mal ein bisschen um. Ah, achso. Hier waren wir schon. Aber wo ist das Restaurant? Docks Werkstatt? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Waren wir da schon? Ja. Die Nase. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Okay. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt es genug bei Bo so an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Rechte Seite. Da ist bestimmt das Restaurant drin. Hier ist so ein Typ. Der tritt jetzt drauf. Ja. Wie dumm ist der denn? Verdammte Todesfalle! Dann hebt das doch auf! Wie dumm ist der denn? Au! Okay, wo sind wir denn hier? Was für ein Schuppen! Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem achten Geburtstag. Damals hat mich mein... Mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammerlocation. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt! Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen. Okay? Das war eine Aufgabe? Oh, das war Zufall. Äh... Freust du dich nicht mich... Freust du dich gar nicht, mich zu sehen? Ich dachte, du seist auf Elysium. Du kannst dich an meinen... Du hast deinen Namen geändert. Wie redest du denn mit mir? Was genau arbeitest du denn da? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und dein Alten Mann zu sehen bist... seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal. Ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere. Okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so. Ja. Ja. Und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht. Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterher zu jagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versorger. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist. Okay. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen? Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Ja. Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwack. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe. Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So. Böh. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah. Das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein? Wann hat der Organon denn bitte schön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? Tja. So still plötzlich? Ich zähle noch. Ich muss mich um meine illusianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Illusianerin. Ihr Name ist Ghole. Moment mal. Ist das dein Ernst? Verstaunst du was? Du lernst eine Illusianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein. Du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspellonkel. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Na ja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Waben bauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Hm. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre chez Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt, ein Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein. Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Platz für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je. Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach. Komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen achtjährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen? Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Wegen des Dates. Du druckst nicht so herum. Mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1 Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2 Puh. Diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter bla 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 bla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Hm. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum bediensteten Briefkasten. Tch. Für wen hält der sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Ja. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. In dieser Folge wurde viel gelabert. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann kommt´s nur noch zurück in der nächsten Folge. Und dann kommt´ssnl vom K kinse. Und dann oderrin Falk. Und dasonents dann. Dann wieder Energie am Ende kam,